willkommen zurück das ein nehme ich aber ich habe nicht mehr viel platz wir haben absolut nicht mehr viel platz hier also müssen uns irgendwann mal entscheiden was man jetzt ich meine die nächste kuh die kann ich zerlegen die kann ich notfalls unserer schmiede nachrüsten erholen grabenwolle können wir auch so sammeln die gelben kann man auch so sammeln entschuldigung das heißt wir machen erstmal hier den graben rein muss nichts darauf finden bleiben müssen hier brauchen wir auch unbedingt dann früher oder später gut dann lässt uns hier reingehen noch mal kurz die brille gerückt entschuldigung ich bin immer noch ein bisschen kränklich das ist immer noch nicht ungelöst der kram das kann doch nicht wahr sein ist das hier das sandwich land oder was so dann geht es hier rein zacklbumm so das ist nur der mühseaktär ich war doch eben erst hier so ja den kleber nehme ich steine ist auch klar das ist doch steine nehme ich auch so hier nennt sich die bude hier stimmt das auch ne hier ist der ranger station hier steht am us fire post 74 was ist das nun ein fire apartment oder nicht naja gehen wir mal rein noch lange habe ich noch lange angehört mhm da steht einmal mhm klar schon leer gemacht da können wir mal hier mal hat man eigentlich schon leer gemacht mit was wir hier so finden wo man sich selber auseinandersetzen was ist denn hier hier ist doch ein fehler hier ist ein fehler an der mutrix was ist ja stimmt was denn jetzt ist der boden noch da ok jetzt kann ich wieder drauflaufen ja na schön aber scheinbar noch nicht fertig mit laden der kleine geier alarm hier oben vielleicht kenne ich gar nicht hier verbrannte hier ohne geier also wie die wüste würde ich eigentlich ohne geier erkennen was ich will kurz er doch durch wo ist denn dein trinken eigentlich hin also weg jetzt offen noch mal schnell eins motorrad irgendwie glaube ich das jetzt nicht nichts zu trinken mitgenommen habe das ist nicht der ernst gut naja das musst du jetzt aushalten freundchen da musst du jetzt eben zwischen zusammenreisen jetzt und da jetzt kommt keiner doch da und da voll in die Nüsse geschossen Mh, das ist eine Mischung gewesen Ich bin nicht aufgeregt, das Meer Mh, Hund Hund Nö, lass mich rum, lass mich rum, lass mich rum, aber, aber Und da steht jemand, das sehe ich Oh, der Gelb Ich hab gedacht, jetzt komm ich ja nicht mehr raus Wollte Gott mich umdrehen, abhauen eigentlich Da hätte ich mich hinten rückständig gehauen, ne Wieso kann ich die Stühle nicht duten, die hier stehen Halt, das war ein Buch Knüppel Gut Wollte Was konnte ich da auch mit der Hause gelaufen? Einmal medizinische Dann was zum zerlegen Und hier die Vitaminbilde, die gönne ich dir mal Ach, die Schuss haben wir noch Ja, das andere würde ich dir ja gönnen, aber Oh, ich dachte, das war jemand da, da liegt Explodiert, explodiert Hm, toll begonnen heißt der Licht Toll begonnen heißt der Licht, oder? Halt, da hat er auch noch was Hm, was hat mir das jetzt alles wahr? Oh, wir sehen uns Hm Olympia-Verband Direkt, die die Bürostühle sind, die muss ich mitnehmen Das ist Pflicht Das war versprochen Ähm Hä Hier geht's Aus oder rüber Ein zum beiden Im äußersten, äußersten, äußersten Notfall schmeiß ich direkt die Stühle weg Hier 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 ich habe tatsächlich noch eine gegeben ich bin schon bei ihm wenn wir abends daheim sein wollen muss ich mir nicht geraten das ist doch hier ich bin ich nicht mehr mitnehmen war jetzt kaputt ist ja genau so 3er schraubenschlüssel den nehme ich doch aber den nehme ich doch hier ich wusste ich hatte eigentlich nichts drin zu suchen aber ich wusste nicht wohin damals zu hintermitte habe ich es dann eingehaut verändern das habe ich doch nicht nie und dann kannst du den ja zerlegen haben wir da ein bisschen mehr Platz so haben wir hier noch was zu zerlegen später werden wir auch die ganzen Bücher zerlegen weil wir es einfach schon können wir haben dann so viel Geld aber wir brauchen das Papier dann ähm kochen 48 von Humboldt aber langsam wollen ich komme erstmal in den Turm daheim oder was dann fahre ich mal schnell zum Auto äh Motorrad hin guck mal schnell vielleicht mhm wo ich rein's doch immer noch hier rum hm kreiz und Schuss ja schon ja schon mal da hab ich mir noch mehr Platz genau nrg die Stühle hier ich moine die Stühle hier da ist weg hm wenigstens trinken aber leider immer noch nicht ab mit dem kopf heute ich dachte eher was zu trinken reparaturwerkzeuge 37 von 50 wir haben bald auch alle haben so jetzt müssen wir den turm dann nur fechten jetzt müssen wir den turm dann nur fechten so wo ist ja der erste warte märkte oder sammeln hier da auch nicht okay auch wo kommt das dach? ich bin doch hier unten hallo ich sehe schon kann man nur so regeln jetzt habe ich noch hingesehen hallo da sind bestimmt alle oben drauf auf dem dach da kann nicht mal sauberes Wasser drin sein ich muss mal ein paar dran rumdrehen ach da hinten sah halt also fest erledigt sehr schön dann haben wir hier Schrotblinden Qualität 6 kann man jetzt bauen das machen wir hier auf, das ist viel wichtiger hast du das geschafft oder was? ne automatisch bmi ne semi und save was ist da dringend dabei? ne einmal arbeitsstation einmal level up habe ich jetzt achso ich dachte ich könnte was neues bauen äh einmal Rüstung die können wir eigentlich auch schon so zerlegen zerlegen die Rohre zerleg ich jetzt auch Rohre haben wir genug zuhause Grenzkasten den Baseballschläger den Baseballschläger den 3er äh 4er 3er am daheim liegen ne oder warst ne 1er könnten wir haben wie die Baseballschläger immer durch die Gegend rein gehen natürlich auch einmal arbeitsstation hä wieso willst du denn hier nicht anklicken? hä jetzt 60 von 75 das kann man schon dann fertig von fallen immer noch nichts zweimal elektronische Handjagsfertigkeit immer noch nichts medizinischer mit einem Stuhl direkt wie und eine Mischung ne oh oder zwei Kartoffeln äh zwei Kartoffeln meine ich äh so nun das Ei das kannst du ruhig immer mal essen wie du es machst mit das Eier schallen ja nein so dorst hast du ich wisse es so wir fahren jetzt eh gleich wieder los noch noch Sandwich und noch mal so einen komischen Tiefel ich meine es mir ist genug da oder jetzt fängt der Sortieren an ne mhm 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 Wasser Wasser haben wir genug naja gut nehmen wir mit hm komm du hast ja Hunger hast du ja gar keinen du hast ja eigentlich nur Dorsch du hast ja gar keinen Hunger komm schrecklich tut mir leid tut mir auch richtig schrecklich leid aber nicht weh gut auf geht's nach hause zurück oder der jenny und dann nach hause noch langsam hier nicht dass die mich abstürzt da kannst du aufs dach springen das tut jetzt nicht gar so weh ein halbier rum auch gleich der erste schuss hat gesessen wo haben wir ihn geparkt so mal gucken was jenny jetzt zu uns hat problem ist nur gut ich habe versuchen die ich hier verkaufen kann ich hab ja ein paar stoffen die ich hier verkaufen kann nicht dass wir kein blöck mehr haben in der tasche das wäre natürlich ein bisschen doof da haben wir hier mal ein bisschen gequestet gab es ein bisschen mehr ip habe ich schon gesehen ja wir haben jetzt zwei punkte oder drei punkte müssen jetzt gucken nein wir haben noch zwei vier sechs wenn wir jetzt nochmal zwei mal drei tauschen drei ertauschen mods finden dann brauchen wir die punkte auch für packes wenn ich mal reinschneiden das hat sich ja dann erledigt das braucht man ja dann nicht tauschen muss auch nicht mehr verkaufen können hier ich meine das ist direkt diese eine ja ist ja nicht ne sandwich haben wir hier das kann man mal ganz und jetzt hast du mir das leere hingeschmissen ok aber kannst einmal so machen da haben wir ein bisschen mehr platz das können wir mal gucken schlag was war das schlagring kloppringteile die kann ich berufen die will ich nicht das haben wir auch zweimal oder dreimal wo man jetzt auch unbedingt nicht mehr so nehmen wir nochmal kohle mit aber die hat ja ohne löschen gehabt die hat ja ohne überhaupt ein waffen nicht ein teil ist eigentlich eine medizintante hier ne also ich habe mich ein abgehetzt feuerbulten für armbrüster hier die nehme ich auf alle fälle und natürlich zahlungspaket ne beschwerungsmaß brauche ich alles nicht so dann habe ich hier nochmal warum für dich so enthygert ja ja gucken wir uns zu hause an also in der nächsten folge gucken wir uns das zu hause alles an so Entschuldigung du hast aber nichts weiter mehr Adern, Schlagknöbel, Schlagstaben, Dreier naja pfff dafür ist mir das Geld aber zu schade heute gleich kann ich auch schon selber fahren ich weiß es nicht hm tja wo ist der Arm überhaupt nicht alte Laterne was bin ich mit einer alten Laterne so, der Panel ja gar nicht hm tja mal nun Intelligenz hm zur Verfügung um seine Intelligenz zu stimulieren plus eins Intelligenz wo habe ich da habe ich die nicht schon zu hause ich weiß gar nicht glaube ich habe ich die heute schon Zigarre haben wir schon hier einer tauschen muss Dreier wäre nicht verkehrt wo ist denn einer das ist eigentlich schön Holzpferre Outfit Plünderer können wir alles selber bauen glaube ich ich denke mal so wie Materialien wir mittlerweile haben Sammler haben wir alles schon Wasserfilter haben wir auch schon Spitzachs wäre natürlich wäre natürlich auch nochmal so eine Sache ne macht natürlich mehr ums wie die hier aber 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 ein Schmelztiegel ist nun nicht zufälligerweise nein sieht nicht so anders ne schade hauplan Robotech und Hustermut hm ja nun danke für warte mal da waren noch Kartoffeln 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 nehme ich alle 18 stück nehme ich können wir schön kochen ja und Kartoffelsaut eine Nummer 42 hm 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 ja so heißt denn jetzt leider nichts weiter für mich großartig ist dein Angebot jo bitte bitte ich äh muss noch schnell den alten Leuten hier bisschen plümmern hm Smoothie ne ist schon teuer der Smoothie hm ne komm Juga Saft muss reisen für dich wo der Smoothie Saft immer noch billiger ist wie der Omega Quash da ne komm warte hast du zuhause ich mein zu trinken drückst du jetzt das Ding hinein und dann gehst du nach Hause und direkt geht ja bestimmt schon eine Anzeige aufgegeben ne eine Suchanzeige weil wir verschwunden sind so ab nach Hause jo gut Leute da waren wir jetzt auch bei Jenny zweimal unterwegs klar werden wir dann hier auch weiter machen ist logisch jetzt wo ich ja weiß dass das nicht übergreifend ist ich habe immer gedacht also so wie es früher war ne dass die Händler dann ihre eigenen Questen wo euch müsste das dann übergreifen ne das heißt ich könnte jetzt auch eigentlich hier wir euch nur ein Quartier suchen und könnte hier einfach also das kann man ja dann nach dem nächsten Blutmund machen solange gehen wir nochmal drüben bei richtig bisschen Questen dann werden wir uns mal ich mein die gehen gefällt mir jetzt auch nicht so die Wüste wär auch nicht verkehrt aber wir werden ja noch gewarnt aber tschüss jup da war ein Schulbus da könnten immer Bücher drin sein Flugzeug war auch schon länger nicht mehr da oder ich habe es ja noch verpasst der Hafen Halbis rennen hier rum also tanken wir noch und reparieren mal wenn du also Bier mal reparierst diese diese können wir nicht reparieren aber es geht noch wir können ja mal da können wir auf dem Weg kosten einmal Arbeitsstation 61 und 75 also bei 75 können wir die Chemiestationen bauen vorher ging das gar nicht 75 müssen wir haben glaube ich Da haben wir uns schon vorher mal am besten Euchenmeet bekommen haben Dann müsstet ihr euch mal eine Hauptstraße geben, hier ist die Brücke Was ist da? Speisewirkungen? Tja, ist nur schön mit den Brusten eingeballert So, und die Straße müsste uns eigentlich direkt nach Hause führen Ich bin ja querfeldbeet gefahren, ich bin ja hier über den Heidenberg drüber geheizt Die Straße muss ja euch nur hinführen, da bin ich auf die Straße später gestoßen Ach, jetzt wird es hier wieder besser hell, jetzt sind wir wieder in unserem Gebiet Ah, helllicher Sonnenschein Schaut woanders hin Alle hier nicht alle, Mann, die Schuss haben wir jetzt noch Ich sehe es doch nicht Wieder überlappt hier 127 Schuss, wenn ich es richtig sehe 16-127 Das Motorrad hat noch 100% Wieso bin ich da so komisch gefahren? Ich will einfach eine Straße hier folgen brauchen Ich bin hier hinten quer über das Beet und da über... Naja Naja Da habe ich nach vorne geklötzt aber nicht Ich habe einen Baum gesehen Da haben wir noch so ein Militärcamp hier Wenn wir einmal hier sind, ne? Ein paar Minuten haben wir ja noch Hose zu essen Kommt doch alle raus jetzt Kommt doch, kommt doch Was darf doch hier so ein... Hätte nicht alle wach wurden Was war hier drin, Junge? Muss ich erst proben können Huch 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 Hier sind wir kleiner weg, wo rennst du rum, Halbi? Ich hör dich zwar, ja Huch 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 Hier sind wir kleiner weg, wo rennst du rum, Halbi? Ich hör dich zwar, ja Huch 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 Was ist doch der Eigerweg drin? Huch 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 Weg hier weg hier Huch 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 glaub du hast deinen kopf verloren noch mal ein kochbuch der grün und hier hast du noch was zu trinken weil du mir sonst verdorst ist und wo er jetzt schon langsam Hunger kriegt ja schön die Kisten sind alle schon offen hier ist nämlich noch mal so eine Munitionskiste eine schöne das kannst du zerlegen dann kannst du die Munition mitnehmen das ist nichts nur ein Pferdschirer ne was er hier vielleicht noch das ist schon Metall hm, du läufst ja selber noch dann ein hm gut heute haben wir die Ecke wie eigentlich schon gelootet hier haben so ein Abnerhause das hältst du mir davon die Diense hier naja, ähm wir spielen ja ein bisschen länger ne, wir werden schon nochmal so ein bisschen ich hab auch schon überlegt vielleicht dann doch nicht mehr zu Questen sondern einfach durch Freischnauze euch mal hier Gebäude zu machen rutsch toll, jetzt hast du mir hier die Lampe kaputt gemacht das wird toll aber deine Versicherung, Freundchen kannst du aber auch wissen da hast du mir die schöne Birne kaputt gemacht so, wo die Rechnung kommt so, ich bin 80% Benzin 83% Muppet muss man hier zurück in den 2 Zoll hier sehe ich nämlich gar nicht irgendwie übernommen hier gesteckt wo man hier dann drehen kann hier, Booster einschalten na so fährt er ja nun mal so fährt er schnell aufs Fliegen bin ich wieder gespannt das Fliegen war immer glatte hier vor allen Dingen einfach eher ein äußerschön von oben ich mein so ist schon ein überwältigungswaste hier ne Ostbarn Hup 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 Das ist ganz schön satt gemacht jetzt 8% hup 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 Da war der Trauer wert was denn Zurück, ich bin wieder da, konnte ich die Vermisstenanzeige wieder zurückziehen. Da können wir gleich die Kartoffelsäume hier reinhauen, ne? Puh. Unanholten. Das haben wir noch so weit weg holen, muss man. Oh, jetzt stehen. Haben wir die Kartoffelsäume jetzt hier drin? Einen haben wir. Setzen wir gleich aus hier die Kartoffelsäume. Setzen wir aus. Pflanzen wir jetzt einfach. Hier hätte ich ja noch Blaubeerbeerflüsse gehabt. Was hatte ich denn hier eigentlich vor? Wieso habe ich mir so, sollte ich hier nochmal so zwei Beete hinmachen oder was, vier Beete? So, hier kommen jetzt Kartoffelsäume rein. Machen Kartoffelsäume. So, haben wir noch... Juka haben wir jetzt nicht mehr, ne? Das pflanzen wir eben hier noch, damit wir die Beete immer voll haben hier. Ach so, da muss ich auch noch eins hinbauen, so ein Beet, ne? Na ja. Na ja, kommt alles. Unsere Ferienbude hier mal Herzschwör, damit wir hier auch abrücken können. So. Na, jetzt ist doch alles für unten. Ist doch still. Da ist nichts. Sieh das. Ah. Cool. Mal an der zweiten Kiste. Messing ist klar, das schmelzt man ein, das brauchen wir für Hülsen, für was anderes hier ist Messing nicht. Ganz vielleicht Stein noch hinterher holen. Ja, dran schmieden, dran schmieden, dran schmieden. Länger Plakversuche jetzt eh nicht mehr an. Ne? 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 Le blunderer, ne nur, ne nur, ne nur die, ne nur die, die sind sehr prestehen. Ne? 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 den kann man verkaufen wenn wir das einsortiert haben gehen wir noch mal ganz kurz zurück kannst du die hälfte hier noch mit hineinschmeißen da in der hälfte nimmst du mit und die 3 in 3 schuss bleiben auch hier wieso hast du denn die zementen hier oben hineingeklatscht was ist denn da los ist das schon voll oder was da wir ja gerade dabei sind wir jetzt zu essen machen sofern ich die hälfte reinschmeißen sieben stück weil noch nicht genug fleisch haben wir noch ein motorrad bisschen fleisch vielleicht natürlich da ist es unglaublich weggeräumt wo ich nach fleisch geguckt habe ich habe es gerade hier um die weggeräumt sehen so ist es kriegst mein fleisch nicht entschuldigung gleich gleich gewusst da sucht man gleich da haue ich ab elf stück kannst du mir machen na dann ich weiß du brauchst ja jede menge holmes 55 minuten da kann ich aber lange nicht draufhauen Junge naja und bloß die anderen noch da machen wir so 70 das muss dann aber reichen wenn das dann wieder wie gesagt ich habe irgendwie manchmal das Gefühl das Ding hat eine Macke da schmeißt du das rein und das reicht dann nicht obwohl du 2-3 minuten mehr rein gehauen hast reicht dann trotzdem auf einmal nicht so blaubeergrieß da müssen wir noch einen blaubeerkuchen könnten wir noch mal machen dazu hat man ja gebraucht das 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 was dann Eier ne waren es aber Eier habe ich nicht auch so viele aber wir können ja mal gucken ansonsten machen wir noch ein kürbisbrot in der Not gibt es kürbisbrot in der Not gibt es kürbisbrot da haben sie sogar so ne ja kürbisbrot in der Not gibt es kürbisbrot kann sie 3 machen alles klar Vicky so da soll das blauenbrot auch still Hilfe auch still Hilfe so ha jetzt ist das Gewitter hier angekommen oh die Eier ich erwisch nicht das ist ein Mod die haben wir hier auch noch nicht ach ne ich habe hier nur Blondhaftigkeitsmod und Plärgemod ne Plärgemod Plärgemod kann ich bei mir reinhauen noch wenn es Platz ist ne es gibt einen Platz mehr vor allem da ist dann wieder Taschenmod drin den können wir woanders hinhauen mach den mal raus und mach den hier mal rein so und hier Veränderung den speisen wir hier über den Taschenmod raus mach das Ding raus abschließen so so wollte ich das mal sagen wo hier auch noch Plätten wäre da haben wir da schon einen drin da ist schon ein paar Besserte drin ne das war hier gehärtete Panzerplatten die gehärtete ist natürlich besser so Handschuhe ja da müssen wir da einmal gucken ob wir da noch andere Sachen mitbauen können ne dass wir noch andere Sachen herstellen dann tue ich das mal mit hier rein da habe ich hier noch einen drin liegen dann habe ich hier nochmal mal ihmsen so jetzt mal 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 man 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 doch mal so Hafenkrom gesammelt jetzt muss ich erstmal hier einsortieren alles wieder so weil die brauchen wir jetzt so Sachen herstellen unbedingt plus diese Teile hier ne legendär nicht ja hier und das ging nur mit Klebebond und Gedingse ne ja das ist auch später ist drin sind noch fünf Kartoffeln übrig gehen wir hin noch so ein scheiß Kartoffeln den schmält sich ein definitiv so so die Munition die hefte tust raus müssen wir fürs kochen nochmal Munition meine Axt mit Kleber so das sollst du nicht wegschmeißen Mann so das müssen wir für recht gehen also hier Mais Macher hier haben wir zwei Mut Entenschnurbel Mut können wir glaube ich verkaufen weil den habe ich schon die haben wir noch nicht eingeschmolten hier nochmal Wasser Wasser können wir hier abkochen dafür habe ich den hier hingemacht nicht umsonst hier hingebaut ja Entschuldigung so haben wir jetzt den Motorrad leer oder sind noch Sachen drin da sind noch ein paar Sachen drin gut aber wird er schön in der Spitze hängen geblieben so hier schmelzen wir mal bitte ein und Schuss bitten drei Schlückkönste wollen wir noch ein paar hier unten ein bisschen noch wir müssen noch ein bisschen Blei einschmelzen gut gut das haben wir alles erledigt mal gucken was haben wir hier noch am Blei 190 da bleibt gar nicht so viel da müssen wir auch noch schauen etwas von vom Blutmond und dazu mache ich hier erstmal nur 9mm weil es erstmal am billigsten ist und da finden wir ja so ne ja es scheint so jetzt haben wir alles machen wir gleich die Bücherkisten rauf und dann ist es gut heute ein bisschen Dynamit ein bisschen Spaß haben am Blutmond denke ich mir mal das muss man alles noch hinlegen hinstellen verstecken wie auch immer sonst würden die wegschmeißen und talala ein paar Minen haben wir noch jetzt hast du den Scheiß auch noch mal da hochgenommen äh runtergenommen da müssen wir einschmelzen schnell noch dann gehen wir nochmal schnell rüber zurecht und verkaufen einen anderen Rest gucken wir mal ob er vielleicht nicht doch irgendwo ist sinnvoll ist noch heute für uns und dann ist es gut da ist noch 15 Bretter drin gut dann machen wir hier auf okay dann machen wir hier auf oh hier Brummelmagazin-Mod da war was für ihn hier ne passt sogar noch rein ne weil ach so weil die kleine drin ist ok aber hier die können wir noch mit reinpasteln und abschließen dann macht die nämlich noch mehr Bums so na hier ist klar dann muss ich gucken ob ich mal eine andere bauen kann da kriege ich ja nur zwei Sachen rein den Lebensimod finde ich natürlich besser als Magazin ne so Merkazin mehr Schuss ne na gut lassen wir erstmal so so dann haben wir gekriegt zweimal Rüstung das heißt noch zwei Bücher und Rüstung sind fertig so äh zweimal Fahrzeuge Motorrad Motorrad ne und zweimal Gewehre Lokgewehr freigeschaltet Qualität 4 und gehen wir nochmal runter direkti und dann ist Schluss für heute Kansas City Hab da wieder zwei Stühle mitgebracht Und einen Baseballschläger und einen Enten Schnabel und hier, ne, das will ich auch nicht haben, Pfeile und Bohren, Kram gedöhnt, ich meine, hier kann ich auch noch mal 1, 2 verkaufen, dann noch mal 130, dann haben wir 15.000, so, aber du hast ja immer noch nichts, ja gut, bei dir ist aber Tag 22 der nächste, ein Magnum-Taktisches habe ich doch schon, gar eine 4er, weil die hast du mir das letzte Mal schön teuer verkauft, ja, Magnum, wie ist schnich, wie ist schnich, wie ist schnich, deshalb wäre jetzt nicht schlecht, noch jede, doll Knüppel, ja nun, Rotflinde wäre schön gewesen, wenn es eine doppelläufige gewesen wäre, gut, ja dann, ja dann, jetzt hat er schon wieder Hunger, wenn ich verkaufen will ich nicht, das hätte ich mich schon wieder Bitch genannt, das ist auch mal langsam mal gut, das ist nur mit einer Bitch, Bitch, so, ich meine, Fleisch könnten wir bei Ihnen gucken, 2088 bestimmt nicht, ach toll, wir haben ja vorher einen Schmeldetiegel, hast du jetzt aber auch immer noch kennen, der wäre wichtig, wenn ich mal ein paar Stoldinger machen kann, diesmal war es zu 160, kann ich mal mitnehmen, Schelm-Suppe, zwei Stück, ach komm, ist gut, ist gut, jetzt kriege ich doch genug Kohle aus hier für nichts, dann schmeiße ich den ins ganze Geld wieder nach Rachen, ich muss sparen, so und ordentliche Schrotflinde dann, mal die Doppel hier, äh die Pumpkin oder sowas, schmeiß mal die Kohle hier rein, sonst gibt es da alles nur noch sinnlos alles, so, so der Mutkäst ist voll, weil die ganze Motore nicht drin ist, jetzt müssen wir mal aufklachten, mal langsam mal ein bisschen Ordnung reinkriegen, sucht oder machen die Ordnung dann in unserem eigenen großen Lager wieder mal, was ich dann wieder baue, ach so, wir müssen hier mal was rausnehmen, weil sonst ist hier nämlich Gefahr, dass es überläuft, also trinken, würde ich mal sagen, no way, kein Problem mehr, so, das ist, äh, no way, kein Weg, was ist denn da, jetzt war es da, aber genug trinken da, und da kannst du deine nächsten nochmal trinken, weil, die Essenbeugen jetzt voll, das andere aber halt nicht, 40 Sekunden, komm her, Gott sei Dank musst du nicht strollern, ne, wie war es, aber ständig muss der auch strollern gehen, so, das Papier, hier gehört aber eigentlich auch drüben auch schnell da rein, was wir doch zum, was ich muss herstellen, da haben wir schon drei drin, so, na gut Leute, dann lasst es wieder gewesen sein für heute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, und da werden wir mal ein bisschen was hinstellen, für den Blutmohn, weil es ist ja schon Tag 20 dann, ne, gut, dann, kontinuierlich jetzt zum Abschied, immer mal wie immer, ne, für Rekti hat man noch eine Aufgabe, die werden wir dann noch erledigen, säubern, ne, also die zwei hier, das war einmal abholen, wo ich zum Huhn gerannt bin, wo ich das Huhn umgehauen habe, bin zum Huhn gerannt, weil ich Fleisch haben wollte, und bin aus den Radios rausgekommen, ne, der Rest ist abgebrochen, so, dann hier, vergabene Vorrede war, wo ich die Quest angenommen habe, vergabene Vorrede, und mitten beim vergraben, oder mitten beim graben, war plötzlich, äh, sauber, ne, die da sauber runtergeschmissen, die da sauber einfach ausgeschmissen, wieder eingeloggt, war die Quest gleich fehlgeschlagen, ne, durfte ich die nochmal annehmen, war eben gleich fehlgeschlagen, so, und seitdem haben wir eigentlich, aber, ne, alles andere haben wir eigentlich, gut durchgeackert hier, ne, da gibt es keine abgebrochene, nur die zwei Stück, gut, bei der einen bin ich selber schuld, bei der anderen kann ich nichts dafür, so, Punkte können wir noch vergeben, ne, haben wir uns ja gemerkt, zwei Punkte können wir rausschmeißen, oder war es 62, ich will es auch nicht mehr, beim Chefkoch, oder da sind wir ja, sind wir ja, fast fertig, ne, beim Koch, das sind wir uns schon gar nicht mehr, dann würde ich eher auch sagen, ja, Heilfaktor, aber müssen wir aber hier, Standhaftigkeit eine reinhauen, ne, zwei sogar, so, eine Einhunger noch, ne, schnelle Heilung, so, das war's, 62 bleibt stehen, sonst hätten wir ja alles schon, gut, alles klar, ne, dann, bis zum nächsten, Tschüüüüüüüüüüüll. Und danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten.